Ich habe Ihnen jetzt das Rezept unterschrieben. Sie müssen nur noch zum Apotheker gehen und Ihr Rezept abgeben. Für Minderjährige wie Sie sind diese noch kostenlos, also müssen Sie nichts bezahlen. Soll ich was zu erzählen? Wieso? Fragezeichen! Hallo, ich bin hier um die Pille danach abzuholen. Ich habe auch ein Rezept dabei. Hier bitteschön. Es ist wichtig, dass du die Pille innerhalb von zwei Tagen nach dem Geschlechtsverkehr einnimmst. Und auch, dass du diese dann jeden Tag um die selbe Uhrzeit nimmst. Mama! 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 Mama!